Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute gibt es kein was zum Video, heute wollen wir nun Silvester feiern und zwar 2023. Hallo ihr Lieben, ratet wo wir sind. Heute schicke ich euch Grüße aus Griechenland. Heute stoßen wir zusammen an, denn heute verabschieden wir das Jahr 2023 und morgen haben wir schon 2024. Und das werde ich mit euch sehen. Ja, es gibt auch nur einen Spaziergänger hier am Strand, genau der läuft gerade durchs Bild, aber egal, that's life. Heute wird nämlich das Jahr 2023 verabschiedet und zwar hier in Griechenland. Letztes Jahr haben wir 265 Bastelvideos gedreht. Und dank euch habe ich das überhaupt möglich machen können und dafür nochmal ein herzliches Danke. Und ich freue mich auf viele weitere Videos mit euch. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr genauso viele machen, mindestens. Und dass ihr mir weiterhin treu bleibt. Schön, dass ihr an meiner Seite seid, dass ihr das für mich möglich macht. Wir sehen uns nächstes Jahr. Kommt gut rein, bleibt gesund und fühlt euch ganz toll gedrückt. Und nächstes Jahr wird wieder fleißig zusammengebastelt. Also ihr Lieben, macht's gut und bis bald. Bis zum nächsten Mal.